Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Pyramidialist mit einer neuen Formel zu Lua. Und zwar geht es diesmal um sozusagen die Erweiterung unserer Übersicht. Wir wollen uns mit den Eigenheiten dieses In-Game Computers mal beschäftigen. Und dazu haben wir ja hier Verschiedenes aufgebaut. Das eine hier, das große, dieser riesen Bildschirm, der heißt Monitor. Und der Computer versteht nur dann, bitte schreibe etwas auf den Monitor. Wenn man ihm Monitor sagt, wenn man Bildschirm schreibt, hat er keine Ahnung, wovon man spricht. Computer sind dumm und sie haben immer recht. So, links hier den Computer, da bestätigen wir uns gleich mal mit. Und jedenfalls haben wir hier ja unseren normalen Computer, der heißt Terminal. Und das ist normalerweise das Default-Teil, auf dem eigentlich alles sich abspielt. Ich möchte euch mal kurz, ach ich habe es schon eben, möchte euch mal ganz kurz nochmal in Erinnerung rufen. Mit Programms kann man halt die auf dem Computer vorhandenen Programme aufrufen. Und ich hatte vorhin schon testweise mal eins eingegeben. Das nennt sich TestPC2. Ich mache mal Edit TestPC2, dass wir also da reinkommen. Und da ist ja nichts anderes, das haben wir in der Übersicht ja schon gesehen. Zwei Mindeststriche oder Minuszeichen, ein Leerzeichen, dann ein beliebiger Kommentartext. Das wollen wir jetzt mal erweitern. Das heißt an der Stelle, gut, erweitern wir mal einfach, das hatten wir ja in der Übersicht auch schon gesehen, einfach den Befehl Print. Also der soll etwas drucken, wohin druckt der ist, auf den Default-Ausgabeplatz. Das ist Terminal aus dieser PC hier, der kleine Bildschirm selbst. Also machen wir jetzt mal Print, da in hoher normalerweise irgendwie drucken würde, ohne dass man eben was anderes sagt. Dann muss die Klammer auf direkt dran. Und dann muss irgendwann Print, 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 Klammer zu. Sehr wichtig. Wenn man jetzt hier etwas drin ausdrucken möchte, gibt es verschiedene Dinge, die man da beachten muss. Also einmal gibt es natürlich Variablen und andererseits gibt es aber Texte. Und das wollen wir hier mal als Text versuchen. Und ein Text sieht immer so aus, dass man, ich fange das mir drin an, einfach Anführungszeichen oben, dann kommt eben ein Text und dann kommt wieder, nicht vergessen, Anführungszeichen oben. Innerhalb dieser Anführungszeichen können wir irgendeine Art Text schreiben. Sag mal, das ist der Text. Ja, so. Ist egal, ob hier noch ein paar Leerzeichen sind oder sonst was, das stört Ihnen nicht groß. Was Ihnen aber stören würde, Ich mache das mal dran, wie es schöner aussieht. Und auch das hier dran, wie es schöner aussieht. Man kann da ruhig ein bisschen Platz lassen, das stört Ihnen nicht groß. So. Obwohl hier die Leerzeichen hier drin, die sollte man schon wegmachen. Das hatte ich ja nur anfangs gemacht. Also wenn hier noch Leerzeichen sind, ist das bei Computern immer so eine Sache. Was auf keinen Fall sein soll, Ah, hier sollte noch ein S hin, okay. Was auf keinen Fall sein sollte, dass innerhalb dieses Textes wiederum Anführungszeichen verwendet werden. Wenn also hier zum Beispiel Anführungszeichen wäre und hier Anführungszeichen wäre, zum Beispiel, dann versteht der, dieses hier ist ein Text, dieses hier ist wieder ein Text und das dazwischen, das versteht er nicht. Das können wir von nicht machen, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, innerhalb des Textes noch Varianten zu haben. Kommen wir in einer weiteren Folge drauf. So. Er schreibt also jetzt wahrscheinlich ganz brav, Das ist ein Text. Das ist ein Text. So. Dann machen wir wie immer FDRG-Taste drücken oder diese Control-Taste, Save, die gleiche Taste nochmal und dann Exit und dann machen wir Test und schon hat er irgendwas falsch verstanden. Ah, Substitute sind doof und sie haben immer recht. Schauen wir mal, wie unser Testprogramm heißt. Das heißt nämlich nicht Test, sondern TestPC2 und dann tut er es. Dies ist ein Text. Ihr seht, das funktioniert. Jetzt müssen wir uns über etwas weiteres unterhalten, was sehr wichtig ist für euch, denn ihr wollt ja nicht folgenden Effekt haben. Ich mache das mal einfach. Das ist ja völlig egal. Ich reiße den Computer mal einfach ab. Poff. So. Und dann stelle ich ihn wieder hin. Dann schauen wir mal rein. Und ihr seht, unser TestPC2 ist nicht mehr da. Das ist quasi ersatzlos gelöscht. Ihr kriegt es auch nicht wieder. Außer folgender Trick. Schauen wir mal. Wir schreiben jetzt mal nochmal das Programm neu. Edit TestPC2 und dann schreiben wir mal TestPC2 Programm. So. Dann schreiben wir mal Print. Wie gehabt. Klammer auf. Anführungszeichen. Dies ist unser Text. Anführungszeichen oben. Und Klammer zu, nicht vergessen. Abspeichern. Und wieder mit Exit raus. So. Jetzt. Programms. Schauen wir uns. Unser Test müsste irgendwo sein. Nur haben wir es. Haben wir es nicht gespeichert? Doch da. TestPC2. Okay. Ja. Hier gibt es jetzt verschiedene Programme. Nicht nur unter TestPC2. Sondern es gibt hier auch ein Programm, das heißt Label. Dieses Programm Label sorgt dafür, dass der Computer einen Namen erhält. Und wenn man den dann abreißt und wieder hinstellt, dann ist das Programm TestPC2 immer noch gespeichert. Das machen wir jetzt mal. Label Set. Also das Wort Label von dem Programm. Da will er einen Parameter haben. Bitte schön mit einem Abstand. Der Parameter heißt Z. Und dann gibt es einen zweiten Parameter. Nämlich den Namen, den der haben soll. Unser TestPC2. Ja. So soll das Ding dann heißen. Also Label ist das Programm. Und es erwartet zwei Parameter. Einmal sozusagen, was er tun soll. Nämlich Set. Und zweitens hier den Namen unseres PCs. In diesem Fall unser TestPC2. Machen wir mit Enter. Und schon heißt unser Computer in Zukunft unser TestPC2. So. Jetzt reißen wir den nochmal ab. Und stellen ihn wieder hin. So. Wieder reinschauen. Oh. Und siehe da. Ja, unser Programm TestPC2 ist noch vorhanden geblieben. Das war eine wichtige Geschichte, die ich also sagen wollte. Dass wir also auf jeden Fall hier dieses Ding. Ja, dass wir die Programme erhalten werden. Und dass sie dann damit eben arbeiten wird. Wir hatten in der Übersicht auch besprochen, dass man diese Programme an einer anderen Stelle viel, viel besser und übersichtlicher programmieren kann. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal eben. Um euch noch den einen oder anderen Trick davon zu zeigen. Moment. Ich schalte mal aus dem Minecraft Tech-It-Lite, FDB, wie auch immer die Wordplugs heißen, hier raus. Und gehe mal auf unseren Editor. Ja. Der Editor sagt, wir haben hier eine ganze Menge von Computern. Diesen Pfad, wie man hier hinkommt, das habe ich ja in der Übersicht kurz erwähnt. Vielleicht schaut ihr da nochmal nach. Weil die Tutorials hängen ein bisschen zusammen, sodass ihr schon das eine oder andere mal sozusagen gucken müsst in der anderen Folge und hin und her springen. Ansonsten könnt ihr auf dem Wiki natürlich gucken, wo was beschrieben ist. Und dann könnt ihr natürlich relativ schnell zugreifen auf bestimmte Fragestellungen oder so. Okay. Also das sind verschiedene Computer. Unter anderem jetzt hier unser Computer 8, den wir gerade hatten. Auf dem Computer ist unser Test-PC2-Programm. Das öffnen wir jetzt mal. So. Das sieht jetzt ein bisschen hässlich aus, weil auf dem Ingame-Computer kann der die Enter-Taste nicht ordentlich darstellen, wenn man das anschließend in so einem Editor-Programm wie hier von Microsoft dieses Editor dann eben darstellt. Aber das können wir ganz einfach ändern und das macht auch Sinn. Test-2-PC-Programm. Die nächste Programmzeile sollte Print heißen. Dies ist unser Text. Jetzt sieht es schön aus. Jetzt kann man es wieder abspeichern. Unter Speichern. Oder man kann auch, um es zu speichern, ich mache das immer, das ist einfacher, die Ctrl- oder SDIG-Taste gedrückt haben und dann die S-Taste, S wie Siegfried, drücken. Dann hat man sofort das gespeichert. So. Das ist unser Text mit Zusatz. Nicht nur da hinschreiben. Ich mache wieder Ctrl-S. Also speichern. Und dann schauen wir unseren Computer nochmal an und lassen das Programm nochmal laufen. Test-PC-2. So. Dies ist unser Text mit Zusatz. Das hatten wir ja gerade ergänzt. Genau jetzt werden wir etwas Besonderes tun. Jetzt werden wir nämlich hingehen und Datei öffnen. Jetzt sind wir ja wieder in unserem Computer 8 drin. Wir gehen aber jetzt auf den Computer und schauen mal, da waren noch mehrere Computer. Wir müssen hier unbedingt auf alle Dateien schalten. Nicht vergessen. Nein, das ist nicht der, den ich suche. Ich suche den hier, da wo auch ein Start-up dabei ist. Und hier ist auch ein Test-Programm. Dieses Test-Programm, das öffne ich und dann kopiere ich mal das, was da drin ist. Was es genau ist, können wir gleich besprechen. Ctrl-C. Ctrl-C heißt, ich kopiere. Man kann das hier auch unter Bearbeiten kopieren machen. Ihr habt das gesehen hier. Kopieren, Ctrl-C, das sind die Shortcuts oder eben geht einfach schneller. Jetzt öffne ich mal unseren Computer Nummer 8. Wo haben wir ihn da? Nummer 8. Da auch alle Dateien. Test-PC 2. Das hatten wir ja gerade. Und da hinein kopiere ich jetzt mal das von gerade mit Ctrl-V bzw. Bearbeiten einfügen. Ctrl, also String, Ctrl-V. Okay. Das steht da jetzt drin. Was hier drin steht, das erkläre ich mal ganz kurz. Das ist ja eigentlich nur das, was in einem anderen Programm stand. Dies ist das Test-Programm. Naja, ist auch wieder so ein Kommentar. Weil True-Do, das ist der Anfang einer Schleife und End ist das Ende dieser Schleife. Und das, was dazwischen ist, macht er ohne Ende und ohne Ende. Das ist ein gefährliches Programm. Das möchte ich euch an dieser Stelle sagen. Denn aus diesem Programm kommt man nicht so ohne weiteres wieder raus. Das ist eine unendliche Schleife. Es läuft und läuft und läuft und läuft, weil die Bedingung True ja sich nicht ändert. Da bleibt immer das Wort True stehen. Und solange das True Wahrheit heißt oder richtig heißt, umso lange wird diese Schleife weiter laufen. Deswegen, darauf wollte ich hinweisen, so eine Art von Schleife, kommen wir später noch drauf, machen wir hier besser nicht. Besser ist eine andere Art von Schleife. Die zeige ich euch jetzt. Und zwar heißt die nicht, weil True-Do, sondern die heißt vor i gleich 1,10,1. Also, jetzt steht hier vorne, vor i gleich 1, also mache ich erstmal i gleich 1 und solange i gleich irgendwas ist, Hauptsache es ist kleiner als 10, dann mache die Schleife, gebe die Schleife durch und am Ende des Schleifendurchgangs erhöße das i um 1. Das heißt am zweiten Durchgang ist i gleich 2 und 3 und 4 und 5 und irgendwann ist es 10 und dann sagt er, ah, es ist 10 erreicht, hören wir mal auf damit. Und genau das speichern wir jetzt mal ab. Ctrl-S Und lassen unser Programm laufen. So, da ist wieder Minecraft und jetzt machen wir unser Test-PC2 und lassen es laufen. Schups, und ihr seht, hier oben ist noch der Rest von dem, was wir vorher sehen haben, die ganzen Programme. Hier hatten wir dann unser Test-PC2 gestartet. Dies ist unser Test mit Zusatz und dann hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10 mal dieses Test-Programm gedrückt und dann ist er mit unserem Programm fertig. Edit-Test-PC2 Schauen wir hier auch mal rein. Das ist ja sozusagen das, was man ingame so sehen kann. Und wenn ihr das eben ingame programmiert, ist es leider ein bisschen unübersichtlich, weil diese Art von Editor ist eben nicht so superschön. Gut, das heißt, ich gehe jetzt noch mal wieder zurück auf unseren Editor, um euch das von der Struktur noch mal zu erklären. Ihr müsst, wenn ihr so eine Art von Schleife habt, das vorhin schreiben, dann hier zwischen ein Leerschritt, hier zwischen der Leerschritt muss nicht sein, dann mache ich immer wegen der Übersichtlichkeit. Dann muss eine Zahl kommen, die sagt, was der Startwert dieser Schleife ist, nämlich diese 1. Danach muss ein Komma kommen. Danach muss, naja, muss nicht blank, mache ich aus Übersichtlichkeit immer. Danach kommt der Endwert, der geprüft werden soll, ob er erreicht ist. Dann kommt wieder ein Komma. Dann kommt wieder ein Leerschritt, den mache ich der Übersichtlichkeit halber immer. Das heißt nicht, ich glaube, der muss sogar sein. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, dieser hier muss sein. Das hier ist der Endwert, der Wert, um den das I jedes Mal erhöht wird. Und das ist, was er tun soll. Bitte schön, mach diese Schleife. Also, das heißt hier, wenn man das normal und schnell spricht, mach I gleich 1 und guck, ob es 10 ist. Zwischendurch erhöhst du immer um 1 und dann machst du bitte mal. Und dann druck bitte und dann Ende der Schleife, geh wieder vorne hin und gucke, ob das 10 erreicht ist und das macht er dann immer weiter durch. Das ist unser erstes kleines Programm. So, jetzt nochmal zu unserem zweiten PC, der da steht. Moment, wo haben wir hier Gemeinschaft? So, unser zweiter PC, der da steht. Der ist der PC Programms. Ich zeige es euch mal eben. Das ist unser PC, der dieses Programm Test enthalten hat, aus dem wir vorhin was rauskopiert haben und der dieses Start-Up-Programm enthält. Ich zeige euch das jetzt auch mal, damit ihr wisst, wie so etwas funktioniert. Dieses Start-Up-Programm ist ein Programm, das wird automatisch gestartet, wenn jemand den Computer da hinstellt oder wenn jemand den Computer restartet. Also, ich sage euch mal eben, was drinsteht. Edit Start-Up. So, jetzt haben wir nämlich hier auch so eine Schleife, wie ihr seht. Schleifen Anfang, VI gleich 1 zu 10, das war ja, ne, bringt das unser Test-Terminal und so weiter. Das heißt, dieses Programm heißt Start-Up. Wenn ich den Computer jetzt hier abweiße und wir hinstelle und reingucke, dann seht ihr, er hat automatisch dieses Programm gestartet. Und ich kann den Computer auch restarten, indem ich die Taste Control oder String drücke und dann für ein paar Sekunden dieses R drücke. Dann, irgendwann fängt er an und sagt, aha, und dann habt ihr diesen Zucker gesehen. So, nochmal, dieser Zucker hat bedeutet, er hat den Computer neu gestartet und sobald er neu startet, kommt Start-Up raus. Und Start-Up heißt dann eben, bitteschön, laufst dieses Programm laufen. Ja, das war daher. Und weil wir das, so was Schönes natürlich auch hier haben wollen, ich mache mal, ähm, so, dann ist es hoffentlich etwas ruhiger. Hingehen, hallo. Warum macht er immer noch weiter mit seinem Regen? Ah, okay. Gut. Wir haben gesehen, dass also dieser Computer ein Programm enthält, was dieser Computer noch nicht kann. Ich gehe ja auch mal raus und zeige euch das. Also, Programms. So. So, ihr seht, also da ist dieses Start-Up. Shutdown. Start-Up hier zwischen könnte es sein. Ist nicht da. Ja, also machen wir jetzt folgendes. Wir gehen hier auf unseren PC. Auf unseren PC. Holen uns aus dem anderen Computer, das war ja, ich glaube, die Nummer 6 oder 7. Wunderbar, schauen wir mal. Alle Dateien. Aha, da ist die Start-Up-Datei. Die öffnen wir mal. Gucken, ob das die richtige ist. Jawohl. Das machen wir. Dies ist unser Test-Terminal. Auf beiden PCs. Nur damit wir den Unterschied sehen. Das kopieren wir jetzt mal einfach. 10. Gehen wieder in unseren... Eröffnen einen neuen Pfad. Nicht speichern. Ja, gut. Kopieren das dahin. Über Bearbeiten, Einfügen oder eben String vor, wie ich das immer mache. Und dann machen wir jetzt mal Datei speichern unter. Datei speichern unter. Computer Nummer 8. Also hier seht ihr auch noch bei dem Pfad. Das ist irgendwie unter Saves und dann Computerkraftmods und so weiter. Also unter Computer 8 wollen wir das speichern. Aber nicht als Textdatei. Wir werden sehen, wie er das dann gerne haben möchte. Jedenfalls machen wir das mal ohne. Alle Dateien. So. Und dann schreiben wir das mal Start ab. Und speichern. So. Jetzt Datei öffnen. Schauen wir mal unter Computer Nummer 8. Hat er jetzt eine Datei, die Start ab Text heißt. Das sollte natürlich nicht so sein. Da müssen wir dieses nochmal um. Oh, da hatte ich da irgendwas vergessen, wegzumachen. Start ab. Soll es heißen. Fertig. Und Enter. Ja, ich möchte es trotzdem ändern. So, alle Dateien. Jetzt haben wir einmal Start ab und einmal PC. Jetzt schauen wir mal, ob unser Computer das verstanden hat. So, reingehen. Wo waren es? So, und ihr seht, hier unten hat er jetzt das Start ab Programm drin. Ich mache mal Elite Start ab. Na, Start ab. Damit ihr seht, was drin steht. So, und hier ist dann dieser, dieser Test auf beiden PCs. Das hat er also verstanden. Auf die Art könnt ihr sozusagen sehr einfach auch Programme von dem einen Computer auf dem anderen hin und her kopieren. Und nicht nur, dass ihr sozusagen den Inhalt des Programms mit Copy und Paste, so wie wir das gerade gemacht haben, könnt ihr das machen. Ihr könnt das natürlich auch machen, indem ihr dieses Programm komplett kopiert. Also mit Windows Explorer oder einem ähnlichen Programm, mit dem ihr halt auf Betriebssystemen arbeiten könnt. Ich denke mal, das Betriebssystem interne, das wollte ich euch jetzt nicht erklären, aber immer noch safe. Und dann haben wir Computer Craft und dann haben wir Computer. Und dann kann man natürlich jetzt hier bei Nummer 6 diese Programme, die hier drin stehen, komplett nehmen. Dann aufhören, Ctrl-C oder eben bearbeiten und kopieren. Naja, erkennt das ja. Und dann geht man, sagen wir, auf den PC 8, kopiert die dahin. Ja, befinden sich die und so weiter über diese Überspringen. So, jetzt haben wir also hier Start ab nicht kopiert dafür. Das Test, das nennen wir jetzt mal Test 3. Und das nennen wir Test PC 2 Nummer 3. Nur damit wir jetzt sehen, dass es einen Unterschied auf dem In-Game-Computer gibt. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. So, jetzt haben wir hier eine ganze Menge. Ihr seht, Test 3 ist hier, Test PC Nummer 3. Und unser Start ab ist jetzt natürlich auch noch irgendwo hier hinten. Ja, also ihr könnt also eine ganze Menge machen, indem ihr einfach normale Editoren benutzt. So, gut. Ich denke mal, für einen ersten Anfang ist das eine ganze Menge gewesen. Und ich hoffe, dass ihr das einigermaßen mitbekommen habt. Schaut euch die Übersicht nochmal an. Und schaut euch auch die anderen Tutorials zu, die werden also über mein Wiki verlinkt. Das ist da einfach übersichtlicher, als wenn man in YouTube einfach irgendwelche Serien, Playlists oder sowas abhält. Sondern da könnt ihr dann direkt zugreifen auf das eine oder andere, wo eben der Inhalt direkt erkennbar ist. Und wie auch immer, abonniert diesen Kanal, sagt, dass es ihn gibt, kommentiert ihn, wenn euch etwas auffällt, was nicht gut ist. Gerne mache ich auch Änderungen und Verbesserungswünsche, nehme ich immer gerne entgegen. Und wir werden uns dann hoffentlich in einem der nächsten Tutorials sehen oder in einem der schon existierenden auf meinem Kanal. Schaut euch um, habt Spaß mit Minecraft, viel Spaß und Tschüss. Schaut euch um, habt Spaß gemacht.